Kein weit Glück sonst. Ja, ja, ja. Aber? Hab ja noch ein paar. Noch geb ich nicht auf. Noch geb ich mich nicht geschlagen. Denn jetzt spielen wir Hidden Village Top Down. Oh, Herr. So. Tun wir auch da mal kurz rein. Der Preis ist 194,99 Euro. Das ist nicht geändert. Das ist immer noch von Top Down Games und Hedo. Und wir starten. Räsi kriegen ja eine Übertragung. Yeah. Vielleicht, wenn das Spiel will. Aber das Spielzeug... Nee, lass mal. So. So. Das sieht doch gar nicht verkehrt aus. So. Wir suchen eine Fahne an einem Haus. Wahrscheinlich genau die hier. Perfekt. Wir wollen unser Haus verkaufen. Und da wir es doch vielleicht doch nicht wollen, vielleicht suchen wir jetzt das Schild, damit es keiner kauft. Wir müssen also das Schild finden, bevor jemand mein Haus kauft. Dass ich nicht besitze, weil ich kein Haus habe. Dafür eine Wohnung. Dafür eine Wohnung. Das ist richtig. Aber kein Haus. Ist es das? Nee, das ist ein Briefkasten. Welches Häuschen wird denn verkauft? Oh, ein Pool. Mit Floating. Ah, hier. Äh. Nee, das ist es nicht. Doch, da ist ein Bus in der Nähe. Es ist es wirklich. Und es funktioniert schon wieder nicht anzuklicken. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Da sind Blümchen. Nee, es müssen mehr Häuser verkaufen. Da drüben ist auch noch eins. Ah, es ist das hier. Perfekt. Eine Gartenschlauchtrommel. Jetzt holt er sich hier aber auch wirklich. Alles. Ja, ich muss ja mein Haus zusammenbauen. Und ich brauche, ich habe einen Garten und ich muss den bewässern. Außerdem ist ein rosa Auto da in der Nähe. Ein rosa Auto. Rosa Auto, rosa Auto, rosa. Da ist ein rosa Auto. Muss hier auch irgendwo mal eine Garten. Da ist er. Der Gardinergarten. Sind das die von den drei Puzzle machen? 3D-Puzzle machen? Sehen nämlich 1 zu 1 aus wie die Top-Down 3D-Games von denen. Äh, ja. Das sind die gleichen Macher. Das sind die gleichen Macher. Ein Flamingo. Wer ist hier? Ein Briefkasten. Und wir sehen ein orangenes Auto. Briefkasten und orangenes Auto. Ein orangenes Auto. Hier ist ein orangenes Auto. Hier ist ein Briefkasten. Eine Pizza auf einem Dach. Hier ist er. Aber da waren keine Solarpanels auf dem Dach. Das klappt auch noch die Gasttank. Ich glaube es ja nicht. Ja. Der explodiert sonst. Ich habe Angst. Ich wollte nur meine Mitbürger schützen. Ja, ja. Was sagen sie alle? So. Äh. Hier ist ein Zebrastreifen. Hier ist auch ein Zebrastreifen. Aber das ist nicht der, den wir suchen. Wir suchen einen anderen Zebrastreifen. Hier ist ein Zebrastreifen. Aber hier ist keine Mülltonne. Hier ist auch ein Zebrastreifen. Hier sind viele Zebrastreifen. Wir brauchen noch. Ja, aber kein Verzögerungsbolzen. Kein Verzögerungsbolzen. Hier sind Verzögerungsbolzen. Hier sind auch die Mülltonnen. So. Ich bin die Müllabfuhrer. Müll ist weg. Bolli. So. Hier haben wir Gemüse. Das brauche ich auch für meinen Garten. Und ich will den Spielplatz haben. Gebt mir den Spielplatz. Ich will den Spielplatz. Wo ist der Spielplatz? Im Garten irgendwo von jemandem. Ja, ich suche. Ich bin dabei. Ja. Was? Wo? Unter dem Minus setzt da oben. Unter dem Minus. Ah ja. Hier ist der Spielplatz. Du hast absolut recht. So. Ich glaube mir an nicht alles. Ich nehme nur die Rutscher. Oh, wir gehen wieder zum Mr. Rosa Auto. Eine Telefonzelle. Die brauche ich auch. Das ist mein Mobiltelefon. Okay, den Pool, den ich vorhin schon bewundert habe. Dann nehmen wir uns die Luftmatratzer. Und natürlich brauche ich einen American Football, weil wir leben in Amerika. Ich brauche einen Hinweis. Hinweis war gelber Schulbus? Ist das ein gelber Schulbus? Ein gelber Schulbus. Okay, ein gelber Schulbus. Gelber Schulbus. Gelber Schulbus. Da, gelber Schulbus. Da ist mein American Football. Und wir nehmen ihm natürlich auch das Greenchain. Und wir brauchen das Greenchain. Das ist nicht der Pool. Es hat noch jemand einen Pool? Mit dem Einhorn. Oh, es hat noch jemand einen Pool. Okay. Ich möchte einen Wolfsloat. Ja, das ist nur Gleichberechtigung. Jeden Pool etwas geklaut. Und dann klauen wir uns jetzt ein paar Gartenmöbel zusammen. Brauner Zaun. Brauner Zaun. Brauner Zaun? Ob ich den denn braun? Brauner Zaun. Hier ist ein Brauner Zaun. Aber der hilft mir nicht. Achso, ich habe vorhin bei der Kirche geklaut. Entschuldigen Sie so vielmals. Ich wusste nicht, dass sie die Kirche sind. Dann hätte ich mehr mitgenommen. Genau, die haben genug. Die haben hier genug. Äh? Ah, hier ist noch ein Brauner Zaun. Hier ist ein... Oh, herrgott. Nein, das ist wieder so ein... Ich muss rausruhen. Äh? Oder? Oder auch nicht? Bin mir nicht sicher. Äh, das ist für anders. Ja, das ist es nicht. Aber wo ist es denn? Da steht ein Auto in der Einfahrt. Okay. Könnte das sein, da unten jetzt... Hier? Ja. Muss doch nur rechts ranzoomen. Oh. Ja, rauszoomen. Und dann nach rechts runter irgendwie... ...wieder eine Kante oder so. Was hier? Das da? Wo ich gerade drin bin? Oder hinter den... Der Gang, wo das Auto steht. Was für ein Gang, wo ein Auto steht? Hier steht kein Auto. Du gehst auch immer weiter weg von dem Beutel. Hä? Was willst du denn? Andere Seite. Wo die Einfahrt ist. Wo das Auto drinstehen. Ach, da drüben. Ja, okay. Warte. Warte mal. Was ist das Ding? Hier hast du Ding. Hier hast du ein paar Möbel. Aber das ist doch nicht das. Nee, nee. Aber hier. Hier. Das Auto ist es. Hier ist der gute Stuhl. Perfekt. So, dann klauen wir ihm noch die Hundehütte. Fünf Meter daneben. Jeder braucht eine Hundehütte. Wollerwagen. So. Er ist an einem Eindingsenbumsen da. So, die Gartenmöbel klauen wir ihm jetzt komplett. Oh, wir klauen nur den Hotdog. Darf ich nur den Hotdog haben? Ich will nur den Hotdog. Yeah, ich klaue nur den Hotdog. Und die Tomatzen. Ja, aber die muss ich bei der Kirche klauen. Die Kirche hat das Gemüse. So, einmal Tomaten für mich. Und eine Sonnenliege am Pool. Die nehme ich auch. Und die Klimaanlage. Wo ist die Klimaanlage? Wo ist meine Klimaanlage? Äh, die da. Und ein Ball. Ha! All immer gut. Ball, 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 Ball. Ball, 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 Ball. Hier ist ein Bus. Ball, 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 Ball. Aber hier ist nicht kein, 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 nicht ist der Ball. Ball, 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 Ball. Was für ein Bus haben wir denn da? Ich weiß nicht. Ich sehe nur, dass da irgendein Ball, äh, irgendein Bus... Irgendein Ball ist, ja. Den suche ich ja. Wo? Zurück? Unter? Achso, das war nur der, das war der... Ball, 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 Ball. Ist kein Ball. Wo ist mein Ball? Hählchen, Böllchen, 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 Böllchen. Muss ja in so einem Seitenstreifen direkt an der Straße sein. Kann nicht weit versteckt sein. Wo ist mein Ball? Wer hat meinen Ball geklaut? Gibt's da nicht? Mit gelben Blümchen, Straßenlaterne. Gelbe Blümchen sind hier. Hier sind auch gelbe Blümchen. Gelbe Blümchen, gelbe Blümchen. Gelbe Blümchen. Gelbe Blümchen. Hier sind die irgendwo überall. Nein, hier nicht. Gelbe Blümchen. Der Seite sind auch gelbe Blümchen. Also gelbe Blümchen gibt's überall. Ja, irgendwo muss doch dieser blöde Ball liegen. Warte mal. Ich will mal kurz rauszoomen. Noch irgendwo was? Ne. Ne, ne, das ist schon richtig. Wo sind denn die Schatten? Die Schatten sind da. Und da geht er runter. Zoom mal rein. Jetzt. Da ist der Ball. Wo? Ah, da unten. Ball. Gänseblümchen. Basketballkorb. So. Perfekt. Pentele. Wir haben endlich mal wieder ein Spiel abschließen können. Ich bin begeistert. Ein Spiel, was funktioniert. K og. Vielen Dank.